Geniales Tag an Wahnsinn Zu schön Zu schöner Schnee Traumhaft Wir sind heute wieder im Kärnten unterwegs im Maltatal Heute gehts aufs Stubeck Flachflacher Stubeck Steht in der Beschreibung Navinenbahn Stufe 3 Perfekt für heute Halber Meter Neisne Herrlich Ich kann nichts anderes sagen als herrlich Das ist so herrlich Wir haben jetzt schon ein bisschen über die Hälfte von den 800 Höhenmeter geschafft Das ist dann mal so ein Wegkreuz Schauen wir mal, ob wir richtig sind Stubeck Sehr gut 45 Minuten ist nochmal angeschrieben Hier im unteren Bereich, da gehts durch den Wald Aber sehr lichter Wald Also man kann eigentlich dann bis ganz unten abfahren Man kann aber da auf der Seite In die Faschaun abfahren Da ist oben noch schön flach Unten dann noch ein bisschen steiler Muss man dann aufpassen Wasch am Spitzern Wasch am Spitzern Wasch am Spitzern Hier haben wir jetzt noch die letzten 1-200 Höhenmeter Auf der linken Seite ganz hinten In der Mitte jetzt Sehen wir die Wandspitze Weiter links Das Reitereck Und noch weiter links Das Faschaunereck Mit dem genialen Osthang Da spuren eh gerade ein paar Leute drauf Hinten Reitereck Dürfte heute nichts los sein Zu gefährlich Bei uns gehts jetzt da weiter So, da kurz unter dem Gipfel Kommen dann zwei Aufstiegswege zusammen Ist schon ein bisschen mehr los Also der Berg Bei schönem Wetter Da ist immer sehr viel los Aber auch heute Maximaler Schnee hätte Farbe Katink Das war's. Jetzt sind wir kurz vor dem Gipfel, Tobi ist schon fast da oben. Geniales Tag, Wahnsinn, so schöner Schnee, traumhaft. Tut mir alles zu, Tobi. Ja, wir wollten euch da jetzt noch einen schönen Ausblick geben vom Stubeck. Hier sieht man noch einmal die Hochalmspitze. Leider ist jetzt der Nebel aufgezogen. Da wäre schwach. Leider wenig. Ich probiere mal einen Weg zu finden. Wって ... Tragen! Nein. From the sky and from the ground Up and burn just like below And I don't know where I should go Just like this Let's see Let's go Wie war die Tour? Super war es. Super.